Dankeschön. Ich kann seine Netze verwenden, das ist mir klar. Nur wo? Alles klar. Einzelt. Das geheime Halloween Projekt. Ja, sieht ganz danach aus. Ich glaube es hakt. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. So, das glänzt selber. Wunderbar. Gut. So, meine Dame. Ich brauche kurz ihren Kopf. Tja, der ist wohl tot. Das ist richtig. Alles klar. Das war die Sicherheitstür. Aber erstmal zerklopfen wir das und wir gehen hier rein. Haben wir irgendetwas Sinnvolles? Nein. Das sieht mir hier alles sehr magisch aus. Ich möchte da rein. Darf ich da rein? Hey! Klopf, klopf! Das sieht aus wie Vogeldreck. Das sieht aus wie Vogeldreck. Alles klar. Ich komme! Alarm! Sicherheitslücke! Notprotokolle aktiviert. Das ist nicht gut. Der war doch eben vor uns. Warum kam er jetzt an uns vorbei? Der Kerl? Das ist ein großes Etwas. Hey! Sorry, ich kümmere mich gleich um dich. Ich habe hier erst noch ein paar Kürbisse zu zerstören. Ist das ein... Die haben hier einen Kürbis ausgestellt. Einfach mal, hey! Ich erinnere mich, dass du mir beim Zerstören helfen möchtest. Aber ich glaube, ich kann das auch alleine. Ja. Kleines Mistvieh. Du kleines Mistvieh. Gleich reicht es mir. Ich brauche mir einen Hulk. Ey! Ey! Bitch, please. Nö. Ey! Das ist Deadpool! Da war Deadpool! Vorsicht! Möglicher Laboreinbruch durch große Explosion bestätigt. Ach was! Bitte möglichst unpanisch zum nächsten Ausgang. Mit einem Lip angegriffen? Das ist auf sämtlichen Ebenen verkehrt. Mein Spinnensinn. Das ist in der Nähe. Uh, der Spinnensinn. Wir brauchen schon Treppen, wenn man Wände nehmen kann. Gut. Leute, dann kommt... Kommt immer hoch. Eins. Zwei. Sehr gut. So. Wenn, dann nehmen wir auch alle mit. Au. Au. Ja, mach ich auch. Wart ab. So. Der hat keine Ahnung, was er tut. Der hat ein gigantisch großes... Fragezeichen. Au. Fragezeichen am Kopf. Komm mal her, du. Mein Spinnensinn. Du Spinnensinn. Was ist das? Der Spinnensinn. Mensch, please. Du Frauenschlägerin. Tja. So ist das. Einfach mal die wieder verkloppt. Siehst du mal? Bringen sie sogar zum Platzen. Aber hey, jetzt brauche ich sie sogar. Dann... Sie kann sich an Luft auflösen. Juhu. Das sind drei Superhelden mit Kampferfahrung. Und dann kommen irgendwelche Wissenschaftler, die dich verprügen wollen. Jupp. Oh hi. Warte, warte. Warte, warte. Wir machen es ganz... Wir schleichen uns rein. Tut mir leid, aber ihr drei scheint mir nicht die richtigen Besucherausweise zu haben. Hahaha. Bye. Ich mach mich gleich auf den Weg. Hahaha. Pfff. Wow. Ganz schön anstrengend, hier einen Besucherausweis zu bekommen. Wenn die das mit allen Besuchern machen. Wenn die das mit allen Besuchern machen. Wir müssen hier raus. Das ist geplatzt. So. Wie geil war das dem Stanley? Ja. So ist das. So ist das. So ist das. Ich glaube... Hehehehe. Hehehehe. Man kann Stanley in jedem Level einmal retten. Oder zwischen den Leveln in der Stadt irgendwie retten. Und dann kriegt man... Dann kriegt man diese... Kriegt man irgendwelche Steine dafür. Ah. Sieh mal an. Sieh mal einer an. Wer ist denn da? Für die Party erschienen. So. Ich bin jetzt ein bisschen faul. Wenam. Ja. Genau. Hi Leute. Verprügelt die mal schön. Ich sag mal hier mal weiter. So. Was haben wir denn hier? Das sieht nicht aus. Nicht lecker aus. Das kann man zerstören. Bitch please. Lass mich los. So Jungs. Ihr macht das wunderbar. Wenn ich nur mal gesagt hab. Hm. So. Hast du auch? Nein. Ey. Spricht dir Ruhe. So. Eins. Zwei. Die brauch ich. So. Spidey. Ist dein Spinnensinn gefragt? Mein Spinnensinn schon wieder. Ja. Passiert, ne? Doof, wenn mein Spinnchen ist. Tuck, 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 tuck. Das kann ich nicht zerstören. Na toll. Sieht aus wie Symbionten schmiere. Ola. Ey losti. Na. Alles klar bei dir? Das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Ich lass die Jungs mal kämpfen. Ah. Ah. Später mit Venom dann. Alles klar. Eh. Du hast das Spiel 100% durch. Cool. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Von daher wehe, du spoilerst mich. Jetzt komm ich dich heimsuchen und schlag dich. Nein, du sollst nicht spoilern. Lass mich raten, die guten gewinnen. Wahrscheinlich. Wie soll das auch anders sein? Oh, dazu muss ich erstmal gescheit die Leiter hochkommen. Solltest du spoilern, losti, fahr ich die Viertelstunde zu dir und schlag dich. Nee, die Welt geht unter. Während die guten gewinnen. Alles klar. Na, ihr Schlafmützen. Alles klar. Eigentlich bin ich ja hier, ne, Assassine und so. Ihh. Große Lego Charaktere, alles klar. Sind wir auch noch zu klein. So. Nein. So. Ich will hier hoch, denn ich will die Münzen haben. Wenn du mal Lego Harry Potter spielst, werde ich dich sowas von spoilern. Wobei, ne. Mann, das ist jetzt schon. Voldemort schlitt am Ende. Boah. Na dann. Dann brauche ich das hier gar nicht mehr zu spielen, hä? Hast du mir das Spiel umsonst geholt, würde ich sagen. Ja. So. Ist das der Richtige? Nein. Natürlich nicht. Wo ist er denn? Hawkeye? Alles klar, der Hawkt nach unten. Was? 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 Darth Vader ist Luke's Vater. Hm. So. Ist ein Falschraum. Hopp. Hopp. Au. Brauchen wir die da? Wenn sie denn... Wenn ich denn da hoch springen kann. Zack. Zack. Ah. Hat er nicht ganz getroffen. Alles klar. Nein. Falscher. Die da brauche ich. Versuchen wir's nochmal. Hopp. Tja, Bommi, weißt du Bescheid, hä? Wusstest du noch nicht? So, Jungs. Wollt ihr mitspielen? Auf geht's. Was ist hier passiert? Das ganze Labor ist verlassen. Ja, da ist doch der Aufzug gefallen und alle wurden aufgefallen. gefordert nicht panisch abzuhauen. Das war's doch, oder? Alles der Grund? Da haben wir das Eltern wurden getötet. Da haben wir das Stück. Alles klar. Ih! Bruce Wayne ist Batman. So viel Spoiler. Ich will da rein. Hey! Alles klar. Dann halt nicht. Ih! Scheint ein Stromausfall zu sein. Wenn wir einen Generator finden, sollte bald wieder alles laufen. Scheint ein Stromausfall zu sein. Hier brennt überall Licht. Bist du dir ganz sicher, dass das ein Stromausfall ist? Ich glaube nicht. Frischt haben wir da. Die steht für Deko. Yep. So ist das. Ich glaub's. Ich glaube es hackt. Alles zu blöd, oder was? Da oben. Ich brauch den da. Ich brauch den da. Ich brauch den da. Und ich brauch den da. Danke. Das hat ganz schön lange, bis man die abgeschossen hat. Gut. Aber? Gibt Geld. Zumindest so ein bisschen. So. Oh hey. Kommt man hier durch? Ja, hier kommt man durch. Kann sich Spider-Man nicht zum schwarzen Spider-Man machen? Wenn er in die Venom-Suppe geht. Wenn er in die Venom-Suppe geht. True believer incoming. Ja. Immer. Super. Ah. Das ist beim letzten immer so. Komm. Nicht mehr viel. Aber vorher gehen wir nochmal in die Suppe. 3, 2, 1. Jetzt. So. Wenn ich hier das blaue Teil hole, dann definitiv. Jawoll, ja. Tja. Noch kein So-Gate. Kein Streamer gesehen. Just me. Tja. So ist das. Und er hat einen kleinen Stepptanz hier aufgeführt. Herrlich. Bei Lego spielen immer, Bomby. Immer. Bei Lego spielen immer. Bin ich zerstört? Störerisch. I. Und. Ja. Ein bisschen Geld gleich schon. So. Was haben wir denn hier? Oh. Vorsicht geruht. Wieder hergestellt dafür. Nicht gut, wenn der wichtige Teil von Rauschen überfüllt ist. Tja. Soll es sein. Eeeh. Du hast blauen Schlagelisten. Ja. Ich hab blauen Schlagelisten. So ist das. Uhuh. So ist das. Aber. Ich bin ein bisschen faul. Ich lass mal die Jungs arbeiten. No. Kann man nichts kaputt. Kann man nichts kaputt machen. Nachspe tug. Ja. Kann man was nicht spinalist. In diesem imposers. Eine Value zum bonen Schlagelisten.